Freunde, heute spielen wir, äh, Barry's Prison Run. Oh nein! Warte mal, hä? Das ist doch nicht Barry. Okay, schau mal, das ist doch hier... Hä? Ist das Bikini-Bottom? Das ist doch die krosse Krabbe hier. Das ist krosse Krabbe und das ist Spongebob da vorne. Äh, kann das sein, dass Spongebob heute Barry ist? Oh nein! Äh, ich glaub, der pupst auch richtig ekelhaft. Ey, Bajo, warum steht der so? Hey, Spongebob hat heute zu viele Krabbenböger gegessen. Oh nein, ich glaub, der ist re... Bajo! Oh, boah, äh, habt ihr das gesehen? Weil der eine richtig dicke Pupsi gemacht, dieser Spongebob. Und der ist richtig böse, okay? Und wir müssen irgendwie aus seinem Gefängnis rauskommen. Warte mal, das ist eingesperrt! Krabbe, hä, das ist nicht die krosse Krabbe, das ist irgendein anderes Gefängnis. Äh, doch, das ist die krosse Krabbe. Schau da vorne, da ist, äh, da ist die Kasse. Ja, aber vielleicht ist er, hat er das einfach nur dahingetan. Hm, kann auch sein. Ich glaub, Spongebob ist richtig böse geworden. Alter, du weißt gar nicht genau, wie wir hier rauskommen, oder? Das ist eingesperrt! Ja, natürlich weiß ich das. Guck mal, das ist immer Standard, hier nach vorne, zack, hier rüber. Ja, easy peasy. Ey, wir machen, wir schneller rauskommen aus Spongebob sein Gefängnis. Okay, okay, komm, 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 komm. Let's go, ich bin der Erste. Was, schnell! Oh, Polzern! Aufmachen! Okay, wer kann's klappen? Hä? Ey, was machst du? Äh, ist Plankton heute gut? Keine Ahnung, aber Plankton... Ich glaub, der wird uns helfen. Let's go, guck mal, ich bin schon vor dir. Und hier vorne, Plank, klopf drücken. Oh nein, ich werd'n Knopf voll hier drücken. Komm schon, ich muss... Ah, hier unten, guck mal, da unten! Ich bin schon weiter, ich bin schon rüber. Ey, da unten ist Säuro oder so. Komm, schnell hier rüber! Boah, das ist doch knapp. Ey, das ist aber Grimis und Paw Patrol. Okay, hier runter. Zack! Äh, ich glaub, keine Ahnung, ich bin wieder Grimis und Paw Patrol. Schau mal, wir müssen jetzt da nach oben. Da ist Spongebob. Oh nein, oh nein, Uri, das wird... Ah, nein! Der verfolgt mich auch, Uri. Abhauen, abhauen, Uri, was machst du? Oh nein, schnell, 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 Freunde. Hier noch... Du musst den Knopf erst mal drücken. Äh, Schip, äh, hab ich ganz vergessen, Leute. Oh nein, äh, schnell, Knopf drücken, Leute. Runter hier. Und, äh, Spongebob stecken. Nein, Spongebob stecken gar nicht fest. Oh nein, Leute. Gar nicht gut, gar nicht gut. Knopf drücken, let's go. Und nicht gefressen werden. Nein! Nein, Leute! Feuer, Feuer, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Puh, das hat geklappt. Äh, wo ist der hin? Oh nein, der ist noch genau hinter uns. Ah, Uri, Junge, ich wurde grad fast gefressen, ey. Hier hoch kommt der nicht. Batz, hier hoch. Ja, wir haben's geschafft, Uri. Das war knapp. Junge, Alter. Ey, Freunde, ich hab Spongebob so gut in Erinnerung. Und jetzt will er uns einfach auffessen. Wie kann das sein? Spongebob ist böse geworden. Oh Mann, Leute. Zack, hier rüber. Oh, ich werd... Wir werden uns rächen an Spongebob, Junge. Ey, stell dir vor. Bei Barry macht man ja am Ende. Fight gegen Barry. Machen wir dann Fight gegen Spongebob-Robotag? Oh nein, ich will Spongebob nicht besiegen, Bro. Äh, okay, Uri, müssen wir aber. Denk nicht an deine Gefühle. In die krasse Krabbe Toiletten. Äh, ja, und irgendwie... Und hier runter. Warte, 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 warte. In die krasse Krabbe Toilette hat irgendwer auch Pupsi reingemacht. Jetzt musst du hier alles rausschaufeln, Uri. Ich bin vor dir. Let's go. Ich hab Patrick, der hat da reingekotzt. Oh Mann, Patrick, Junge. Sein Pupsi stinkt echt krass. Dichtst du heute sehen wir auch noch Patrick? Oh, stell dir vor Patrick. Oh nein. Ist auch genauso böse. Der ist bestimmt böse, Junge. Der sperrt uns noch in das Patrick-Gefängnis ein. Darf ich auf jeden Fall... Ey, das ist bestimmt richtig easy rauszukommen, weil das ist safe aus Sand. Ich hab's runtergefallen. Bei diesem Easy Parkour bin ich runtergefallen. Brr, Uri, Junge. Einmal runtergefallen. Du hast schnell verloren, ne? Und schau mal. Ja, Alter. Alter, hier ist einfach wieder Plankton. Ich bin schon wieder runtergefallen, Alter. Ey, du bist so schlecht. Ey, ich weiß nicht, ich weiß, dass heute... Die Jail ist sowas zu gewinnen. Und wir machen um 100 Robux, ne? Ne, 1000 Robux, sagen wir, ja? Okay, wir machen um 10.000 Robux. Was? Okay, Uri, du bist hinter mir, ne? Du hast sie verloren. Viel Spaß. Ey, ey, hier ist ein Krossi-Krabbel-Burger. Aber, warte mal. Äh, hä? Was macht das? Die gehen gar nicht runter. Aber man muss hier so rüberspringen, sonst hält man die Säure. Was ist das, Leute? Hä? Alter, die sind einfach... Hä, wie cool ist das denn, Leute? Guck mal, das ist hier einfach im Wasser alles. Und was war das, was hier runtergefallen ist? Irgend so ein Ball. Oh, nein, 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 nein. Aufpassen, Uri. Ich bin der Game Master. Hä? Warte mal. Hä, Uri. Wie bist du gerade gegen den Ball? Knallt. Hä? Lord, du bist ja richtig OP. Ey, das sind einfach solche... Äh, du bist raufgegangen. Okay, warte mal. Was war die Stimme da gerade eben? Hast du es auch gehört? Ich werde noch einen filmen. Hä? Alter, du bist Spongebob, Leute. Oder, warte mal. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, Leute. Euch auch, wie ich? Ey, Sie sind lucky. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Der gerade Pupsi gemacht. Das ist Billy, 100%. Oh, ja, du hast recht. Ey, daher kommt mir die Stimme bekannt vor. B... Oh, nein. Oh, nein, Freunde. Ich sag das nicht im Krieg. Schau mal, wer hier ist. Oh, Mann, das ist gar nicht gut. Wir müssen genau hier vorne gehen. Jetzt müssen wir jetzt einmal drücken. Zack. Und jetzt hier weg. Ich hab's geschafft. Das hab ich eigentlich noch nie geschafft, ne? Zack, weg hier. Weg hier. Schnell, 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 schnell. Jetzt hier hoch. Der Zaun ist offen, Leute. Boah, ey, ich bin so gut, Leute. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Und jetzt hoch hier, Leute. Wir sind in dem Kopf. Ey, ich bin gleich sowas gespannt von... Patrick ist hier vorne und verfolgt mich. Ey, ich bin gleich sowas gespannt auf Ugris Reaktion. Ah, hier ist Patrick. Haha, ja, ich wusste es. Ey, Mann. Ich hab dir davon nicht mal Bescheid gesagt. Egal, Leute. Wir werden nämlich erster sein. Das ist ja unser Ziel. Deswegen tut mir leid, Ugris. Und... Ey, was ist jetzt denn passiert? Patrick isst mich die ganze Zeit auf, Bro. Äh, ja, verdient Ugris, ne? Der geht dahin, wo es stinkt. Hä? Okay, und jetzt, let's go. Geht nach oben. Ja, jetzt hat er mich auch nicht verfolgt. Ich komm ganz easy durch. Nämlich hat er nicht verfolgt. Let's go. Jetzt geht's hier nach oben. Und... Wow. Ey, wo geht's jetzt lang? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Ey, hier ist einfach der Ananlass. Und hier ist schon wieder Plankton. Wir müssen jetzt hier ganz schnell da rüberkommen. Wir sind noch einmal vor. Ugris, Ugris, wo bist du eigentlich? Wo ich bin? Ich hab's nicht, Junge. Patrick isst mich die ganze Zeit auf. Junge, ich dachte, du wärst gut. Du willst 10.000 Robux hier wetten, aber verlierst hier komplett. Patrick isst mich auf. Ich komm ja nicht durch, Bro. Ja, musst du mit rechnen. Das ist nicht meine Schuld. Oh, nein. Ich bin runtergefallen. Das kann nicht sein. Ey, nicht, dass du mich jetzt hier aufholst, ne? Und du sagst, dass du mich die ganze Zeit versteckst. Eigentlich bist du gerade voll gut. Dann bekommst du den schon hier schon weiter, oder nicht? Nein, nein, nein. Patrick isst mich die ganze Zeit auf. Okay, Leute, let's go. Das heißt, wir haben schon mal krassen Vorsprung. Oh, ich fände mir hier die ganze Zeit. Was ist das? Warum ist das so schwierig? Das ist schwieriger als beim Barry Prison Run. Ich sag euch ganz ehrlich. Ich sag, ich muss es nochmal hier trinken. Diesen Speed Energy Drink. Was ist das eigentlich hier? Spongebob Speed Energy Drink. Okay, let's go. Hier rüber springen. Zack, immer beim Blau müssen wir springen. Okay, das müssen wir uns merken. Zack, jetzt wieder hier rüber. Boah, das war knapp, Leute. Das war der Mega-OP-Jump. Jetzt hier rüber. Batz, Batz, auf keinen Fall daneben springt. Und bumm, bumm, zack. Leute, ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich werde es schaffen. Let's go. Batz, rüber hier. Batz, rüber hier. Batz, Batz. Ich habe es geschafft, okay. Let's go. Das heißt, gleich kann ich gegen Robo das Bob-Jump gewinnen. Ich bin schon super gespannt. Nein, ich bin auch immer bei Patrick. Was? Okay, was bist du für ein Noob, dass du einfach nicht weiterkommst? Okay, hier, zack. Wir wissen natürlich, was hier zu erledigen ist. Wir müssen hier diese Leiter nehmen. Zack, zack, zack. Und die hier erstmal... Wir müssen die erstmal hier durchkriegen. Das war immer das Schwierigste. Das habe ich nie geschafft, Leute. Ich schaffe das manchmal auch nicht, Junge. Steckt immer so fest. Und jetzt müssen wir hier hin. Zack, let's go. Und hier hochklettern. Und öffnen, Leute. Batz. Klappt nicht, Leute. Wir müssen die ein bisschen umstellen. So, und... Pass. Perfekt, Leute. Zack. Einmal öffnen. Zack. Hochspringen. Das schaffe ich auch nie. Ich weiß nicht, wieso, aber das schaffe ich auch nie. Ich muss an die Leiter da oben springen. Let's... Man, warum schaffe ich das nie, Leute? Das kann doch nicht sein. Und... Ja! Leute! Und... Warte. Zack. Let's go. Ich habe es geschafft. Okay, das ist immer richtig schwierig, Leute. Frag mich, wieso. Jetzt geht es hier weiter. Und, ey. Okay. Worauf steckst du? Ich bin doch immer am Anfang, mein Patrick. Der frisst mich die ganze Zeit auf. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, wir warten auf Ucri, weil der so schlecht ist, ne? Und wir sehen uns in fünf Jahren wieder. Ich bin... Hab ich gepraged. Ich bin gleich hinter dir, Bro. Hä? Ja, Prack aufgefallen. Okay, das mache ich richtig schnell. Und werde ich besiegen. Nein, Spaß. Wir warten trotzdem auf Ucri, weil irgendwie tut er mir schon ein bisschen leid, Leute. Sechs, ein halb Stunden später. Leute, zwei Stunden später. Wo ist Ucri, Junge? Wie kannst du so schlecht sein? Und jetzt aufholen. Let's go. Er hat es endlich geschafft, Leute. Nach zehn Jahren. Okay, Ucri. Das heißt, ich werde das wieder überholen. Richtig schnell. Ich bin fort, ich bin fort. Ey, jetzt. Du wirst mich lieber überholen. Aber, Ucri, ey. Du schuldest mir eigentlich jetzt schon 5000 Robux, das ich auf dich gewartet habe, ne? Der Winterlator zieht dich nach hinten. Wow. Wow. Leute, let's go. Ich habe es auch geschafft, Ucri. Ich bin knapp auf dem Fersen. Mich kriegst du niemals. Junge, ich habe gerade einen viel krass. Bray, Junge. Du bist einfach runtergefallen, Junge. Was für Vorsprung, Ucri. Du bekommst gleich zwei, Junge. Ja, ganz genau, Leute. Wir gehen hier wieder weiter. Äh, warte, warte. Hier geht es lang, Leute. Bray, Ucri ist auch drauf eingefallen. Du lachst einfach in die falsche Richtung. Okay, jetzt hier nach oben. Zack, let's go. Und diesen Jump'n'Run einfach meistern. Und, okay, Junge. Du bist so schlecht im Jump'n'Run. Was hast du heute gegessen, dass du so schlecht bist? Hast du Pups gegessen? Ich habe noch gar nichts gegessen. Ich bin doch gerade erst aufgestanden. Okay, let's go. Zack, wir drehen hier einmal am Rad, Leute. Und jetzt geht's hier. Warte mal. Ah, wir müssen jetzt hier am Rad drehen, damit diese ganzen, wie die Torn da aufhören, damit wir da nicht drauf gehen, Leute. Das ist aber heilig, ich habe viele Süßigkeiten gegessen, Bro. Oh, nein, Ucri, sag mir nicht. Oh, das ist richtig schlimm. Äh, warum bin ich drauf gegangen? Lol. Hm, ich muss hier die Räder drehen. Wo kann ich das drehen, Leute? Ah, hier vorne ist ein Rad. Let's go. Oh, das drehe ich einmal. Äh, und übrigens, Lucky, falls du gewinnst, Junge, Disstrack kommt gegen dich morgen, ne? Äh, morgen? Ich dachte, der kommt am 1. November, Ucri. Hör, warum verlegst du den? Ja, Bro, guck mal. Bro, die war wahrscheinlich so schlecht, ne? Dass du ihn verändern musstest. Junge, Junge, ich bin nicht ganz fertig geworden. Aber ey, morgen kommt der 100%. Ey, Leute, wenn ich Disstrack mache bei 100.000 Abonnenten, dann kommt der nicht zu spät, okay? Der kommt zur Stellung und wird viel krasser als der von Ucri. Und jetzt, Leute, wir gehen hier weiter. Jetzt, Rau, wir haben es geschafft, Ucri. Wo bist du eigentlich? Junge, es ist gar nicht schwierig, ey. Heute wirklich richtig easy, gegen Ucri zu gewinnen. Junge, wo bist du? Ey, Sabaki, ich habe jetzt 3-mal gedreht und jetzt ist da irgendwas geöffnet, oder? Äh, okay, du hast es jetzt gecheckt. Okay, Leute, das heißt, wir haben fetten Vorsprung und wir müssen ja die 10.000 Robux gewinnen. Eigentlich habe ich schon 5.000 Robux gewonnen, weil ich eine Stunde auf dich gewarnt habe, Ucri. Und jetzt, Leute, geht's weiter. Wow, Spongebob Prison Run. Ey, das ist echt voll komisch. Echt, wir sehen heute noch Mr. Krabs. Ey, ich glaube, am Ende müssen wir gegen Mr. Krabs kämpfen. Safe. Das wird nicht Spongebob sein, das wird Mr. Krabs sein. Weil gerade eben war das auch, guck mal, gerade eben war das einfach Patrick. Und da wird es dann Mr. Krabs sein. Irgendwann bin ich hier halb in der Wand, Leute. Let's go, ich habe es geschafft und jetzt geht es hier hoch. Ucri, Ucri wird es lieber als für den Strang schaffen. Ich sage es euch, Leute. Jetzt geht es hier weiter und jetzt kommt, ey, jetzt kommt eine richtig gefährliche Stelle, Leute. Wir müssen hier irgendwie hochkommen. Wow, wow. Äh, warte mal. Nein, 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 nein. Was passiert hier? Ich glaube, dass es schnell durchzüglich kommt durch das Fenster. Und wir müssen hier. Oh, warte mal, Ucri, ich glaube, wir schaffen es gleich. Wir müssen hier schnell rein. Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Und jetzt geht es hier gleich runter, Leute. Bats. Und wo sind wir jetzt hier? Oh, nein. Nein. Was zum Billy Pups? Macht dort hinten Taddeus. Oh, Leute, das gibt es nicht. Hä? Oh, nein, Freunde. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, von Taddeus zu überleben, Leute. Aber das ist gar nicht gut. Wir brauchen die Food-Suka, Leute. Die Essen-Suka, also die Essen-Bazooka, damit wir Taddeus besiegen können, Junge. Was macht er hier? Und sein Bad ist Taddeus Koch. Ey, Ucri kommt da vorne auch. Ey, das ist anscheinend auch mal nach 10.000 Jahren geschafft. Okay, let's go. Wir gönnen uns die Food-Suka. Und dann werden wir Taddeus abschießen. Oh, nein, oh, nein, Leute. Bats. Bats. Abschießen. Äh, warum kann ich ihn nicht treffen? Doch, jetzt. Äh, warte mal. Let's go, ich treff ihn. Let's go. Bats. Hier, das riecht's davon. Bam. Und. Bam. Und. Bam. Bam. Haha. Taddeus, ja, guck mal, wie schlecht der ist, Junge. Ey, ich bin doch ein Profi, Leute. Oder der kommt immer nach. Der kommt immer nach, Leute. Oder der noch auf keinen Fall kriegt mit seiner komischen Bratpfanne, Junge. Ey, Taddeus ist doch nie in der Küche. Der ist doch immer in der Kasse, ey. Das ergibt gar keinen Sinn. Warum ist der Taddeus überhaupt so fett geworden? Ich hab keine Ahnung, Junge. Der hat so viele Krabben gegessen. Oh, ich hab Hilfe. Heute ist das Spongebob-Universum echt am Ende, Junge. Es ist voll komisch. Okay, was gibt's jetzt hier? Ja, das ist einfach von Huggy Wuggy ist das hier. Was gibt's hier, Leute? Kaufen wir uns vielleicht später noch gar nicht, wenn es unmöglich wird. Aber gerade eben noch alles easy. Wir haben das explodiert, Junge, Alter. Ja, es ist wirklich explodiert, richtig krass, ey. Und boom, let's go. Stehen bleiben, Leute. Und boom. Ich hab's. Alter. Hä? Als ob ich es geschafft habe. Nein, oder? Was machen wir jetzt? Nein, nein, nein. Was machen wir jetzt? Okay, wir holen uns. Okay, wir holen uns, Junge. Ich bin runtergefallen. Hä? Ich hab's nicht geschafft. Ja, ich bin auch runtergefallen. Komm schon. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Okay, ich hab's geschafft. Let's go. Ey, ich hab's geschafft, ich hab's noch ein bisschen auf Dauer, bis du geschafft, Uckri. Sag ich dir ganz ehrlich. Und jetzt. Puh. Äh, wo bist du hingelandet, Uckri? Jetzt riecht sie hoch. Und du hast geschafft, was? Ja, ich bin über dir. Guck mal, ein bisschen über dir. Nein, ich bin über dir, Uckri. Nein, bist du nicht. Jetzt bist du nicht über mir, aber ich war gerade eben über dir. So, zack, ich muss es schaffen, Leute. Ich muss es schaffen. Ich habe hier noch gewickt, Junge. Okay, ja, ja, easy, 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 peasy, easy, peasy. Ja, er ist ein Laser geschafft. Okay, ist genau über mir. Ey, ich darf das hier jetzt nicht verlieren, hier, Leute, ne? Ich darf doch nicht gehen. Uck, jetzt hier verlieren, Junge. Oh nein. Bist draufgegangen. Okay, jetzt habe ich krassen Vorsprung. Jetzt habe ich wirklich krassen Vorsprung. Das holst du so schnell nicht mehr ein. So, let's go. Was macht hier, Tadeus, Haus? Junge, dieses Spongebob-Gefängnis-Run, das ist so random, ich sag's euch. Okay, das wird schwierig, Leute. Ich hasse das hier, ne? Alter, das ist richtig gefährlich und schwierig, sag ich ganz ehrlich. So, zack, müssen wir es hier an uns gehen. Jetzt hier rüber, Leute. Ey, ich bin gespannt, was am Ende kommt. So, safe, Mr. Krabs, Leute. Ich habe es euch doch von Anfang an gesagt. Mr. Krabs. Die Kostkrabbe ist echt groß, Junge, um hier zu entkommen. Äh, ja, stimmt. Ey, denkst du, das ist untergerundet? Das ist irgendein Keller oder so? Das ist kein Keller, Junge. Wir sind doch nach oben graffig gegangen. Bist du lost, Simlucky? Äh, ja, natürlich, aber wir sind ja auch richtig oft runtergefallen, Uckri. Da musst du auch dran denken. Das kann ein riesiger Keller sein. Hast du einmal gesehen, dass die Kostkrabbe so groß ist, Uckri, oder was? Ja, Junge, ich denke mal so. Das ist echt geheimatet. Was? Okay, Uckri, äh, Paralleluniversum von Spongebob. Paralleluniversum, ja, das kann ehrlich sein. Und genau, ja, Paralleluniversum, ehrlich sein, Leute. Schaut euch das, Mann. Junge, was macht Spongebob da in diesen riesen Roboter? Junge, abschießen, Leute. Aber nicht easy zu besiegen, hä? Berries, ey, warum steht da unten Barry? Hä, da sind Berries da im Roboter drin, Spongebob. Hört ihr, ehrenlose, Alter, hä? Leute, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ey, was weiß ich, bin gleich auch da da. Äh, ja, ich habe gewonnen, Uckri. Ich bin erstmals zu fertig, außer ich verliere es gegen den. Oh, Alter, das ist ein riesiger Spott. Alter, guck mal hier auch da draußen. Was ist da ein Spongebob im Haus, siehst du? Das ist voll easy zu besiegen, Leute, Uckri. Das ist voll easy. Batz, hier einfach sein Armkaputz machen. Jürgen, der bewegt sich bei mir nicht mal. Hey, bewegt sich bei mir auch nicht, Junge. Jetzt kommt ja am Leggen. Ich schieße. Hä? Leute, was passiert mit Spongebob? Oh nein, Batz. Es explodiert, Leute. Wow. Entdeckt hier irgendeinen Easter? Hä? Ey, wir sind jetzt bei einem Bikini-Bottom. Und, Uckri, ich habe es erst dann geschafft. Du bist hier noch am Kämpfen. Let's go. Das heißt, ich steige ins Auto ein und fahre jetzt los. Let's go, Uckri. Haha. Ich bin vor dir raus. Und wir sind jetzt bei Bikini-Bottom. Hä? Alter. Hier gibt es einfach eine... Hier ist ein Ananas. Warum sind es hier so viele? Seit wann gibt es so viele? Plankton. Ey, hier leben ganz viele Spongebobz hier, Leute, Uckri. Ey, ist gar nicht gut. Und hier ist Plankton. Ey, Plankton war heute einfach ein Liebherr. Das ist ja voll komisch. Einfach so ein Paralleluniversum. Ich sage dir ganz ehrlich, Uckri. Da ist der andere, Mr. Lim. Zweite Spongebobz, Junge. Schau mal neben dir. Guck mal, was ich jetzt bitte mache. Hä? Ja, ich schieße dich ab, Uckri. Botz. Apfel auf dein Gesicht, Uckri. Botz, Junge. Den kann ich endlich mal mit Tomaten abwerfen. Okay, und ich will sagen, Freunde. Fassen Sie mich zusammen sehen und lassen ein Abo und ein Like da. Aktiviert die Glocke. Du bist doch gar nicht da. Du bist doch gar nicht da. Du bist doch gar nicht da. Ich werde es gewinnen. Ich werde es gewinnen. Nee, Leute. Ich will sagen, Freunde. Drücken aus der ersten Video, damit ich gewonnen habe. Ich bin auch mit der choice 1000 Robux. Du bist runtergefallen. Nein, Uckri. Ich habe als erstes gewonnen, Junge. Ich werde dich noch aufholen, Junge. Botz. Botz. Junge. Uckri. Nein. Ich habe gewonnen, Uckri. Let's go, Freunde. Drücken aus der ersten Video. Lassen ein Abo und ein Like. Aktiviert die Glocke. Und jetzt will ich sagen, ciao, Leute. Ich habe gewonnen. Let's go. Nein, du hast doch runtergefallen. Du hast gar nicht gewonnen. Du musst doch den Helikopter ergeben. Ich bin oben, Uckri, Junge. Du hast die zwei Augen. Scheiße, Leute.